Der große Countdown hat begonnen und damit würde ich sagen Herzlich Willkommen zum Adventskalender für heute und zwar dem 20. Türchen. Alrighty ho. Ich mach hier mal kurz mein Inventorleistung ein bisschen geordneter und rein geht's. Ja heute haben wir eine Ex-Norgate Schaltung und zwar ist hier eine verneinte also das ist eigentlich unter dem zu verstehen ein oder Gatter also entweder dieser an oder diese an gibt kein Signal hier. Normalerweise wird es ein Signal geben und bei dieser Schaltung insbesondere es gibt ja ein Signal also wenn beide Hebel gleichzeitig umgelegt sind gibt es ein verneintes Signal weiterhin. Weil ja nicht nur die beiden verneint sind sondern auch die sich hier wieder angegangen ist und damit diese beiden verneint. Und der erst mal würde ich sagen wir gehen direkt ins Billing. 1, 2, 3. Hier ein Block hin. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Also ist eigentlich eine recht einfache Geschichte. Ich hab hier die Connecten gewonnen. Ich hab hier gerade was falsch gemacht und war es nicht schlimm. Nicht weiter schlimm. Man kann es einfach beheben indem man hier die beiden Kinne setzt und das sollte eigentlich auch an sein. Und dann geht es hier mit 1, 1 weiter. Zack, zack und dann mal hier bam noch ein Block drauf und dann würde ich sagen jetzt ist fertig. Jetzt noch die Input-Signale definieren. Das mal mit einer Schalter. Und funktioniert. Das ist nicht. Bis zum nächsten Mal.